Für mich war es immer sehr schön, zu wissen, dass die wichtigsten, engsten Leute, sei das Familie, Trainer, Chefin, Kolleginnen, alles Mögliche, hinter mir stehen und einfach mal gesagt, hey, Aileen, fuck off. Einfach zu wissen, hey, du machst das Richtige, du machst das für dich, du machst das gerne. Und eigentlich ist es so egal, was die anderen denken. Und ich glaube, das war schon mein mega Kraftpol. Das war es, du musst, du musst, du musst dich nicht mehr sagen, etwas weniger machen, und wie ich es jetzt nicht mehr so egal, was die andere Dinge empfehlen. Und das war es, du musst dich nicht mehr sagen, und das wird dich zu wissen. Und das war ich, du musst dich nicht mehr sagen, etwas zu wissen, was die andere Dinge nicht mehr sprechen. Und das war ich. !